Zieh mich mal. So, wahren nach links. Hallo! Sprach sie und warf den Wagen auf mich. Du hast den Wagen auf mich geworfen? Ich bin der mit dem blauen Hut. Ja, stimmt. Ach. Vorhin war das genau andersrum, deswegen ist das jetzt ab und zu minimal verwirrt. Ja, Hauptsache sie sich hier beschweren. Ich weiß gar nicht, ob das ein Hut ist oder... Block 1 sind deine Haare. Ein weiblicher Charakter. Ernsthaft? Ja. Deswegen rede das Skelett doch ab und zu aus wie ein Schlitter machen und sowas. Ach, jetzt verstehe ich das. Boah, wir geben was nochmal. Schwing es hier rum. Hm. Ich muss den von der anderen Seite schnappen. Von der anderen Seite! Von der anderen Seite! Ich versuche doch den... ...weinen zu grissen, wenn ich den ziehe einfach einmal langziehe. Ja, natürlich. Sehr gut. Jetzt musst du drauf springen auf den Wagen. Und dann nach rechts. Alle hopp. So, und dann haben wir gleich unseren nächsten blauen Diamanten. Und dann checken wir ihn. Und hoch! Perfekt! Unter! Ja! Ja! Und auf! Laufhausen mitnehmen! Ja! 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 Erst nach links! Ich dachte, es ist ein Da. Ja, aber nach rechts. Ja, okay. Geht auch! Du möchtest! Ja, dann erst nach links. Aber... Danach dann nach links! So. Dann nach links. Dann... Das ist schon her, zwar schon, ne? Da unten sind wir willkommen. Links sind wir lange gegangen. Dann können wir jetzt wieder nach rechts. Okay. Oh, das sagst du. Das ist das zweite Level. Wir können uns jetzt nicht schon verirren. Ich sag gerne, aber wenn du sagst. Ja, ne? Und diese Blaupause, die wir gerade eingesammelt haben. Wenn man da genug von hat. Oder wenn es halt die richtige ist. Dann kann man halt dann sich dein Skelett dann zwischen dem Level dann eben so ein paar abholzen. Ja. Okay. Das ist echt verwirrend, dass wir die Charaktere getäuscht haben. Weil vorhin in einem Testlauf war ich der andere Typ. Und man guckt jetzt irgendwie immer falsch. Ich will zumindest die drei noch einsammeln. So, halt Stopp. Oh, Gott. Ich hätte noch nicht dunkel. Nee, dunkel ist oben. Ja. So, ich steh hier. Erstmal. Ui. So, jetzt natürlich auch. Oder auch nicht. Ich glaub, es ist cooler. Andersrum. Ja. Ja, deshalb weiß ich nicht, wieso du runtergesprungen bist. Du hättest den festhalten müssen. Du hältst den fest. Und ich schnapp mir den von der anderen Seite. Du schwingst den rum. So. Dann fassen wir einmal um. Ui. Der kann ja auch so tatsamäßig hin und her schwingen. Ja, du hätt... Wärst schon drüben gewesen, oder? Du hättest nur loslassen müssen. Okay. Komm mal ein bisschen mehr zur Karte. Das schaffen wir. Ich schnapp ihn dir. Ich hab ihn. Du musst auch Seil einziehen. Hup. Oh, fast. Ja. Weiter einziehen kann ich aber nicht. Oh, ist das knapp. Ja, aber du kannst auch laufen, du Idiot. So, besser? Oder noch weiter? Besser. Passt. Ja. Ich hab ihn. Warte. Und zum dritten. Ja. So. Blauer Diamant. So. Ui. Auf. Achja. Und dann haben wir eine lustige Abfahrt für uns. Einmal nochmal schön von oben Schwung holen. So. Na? Nicht ganz. Jetzt. Ab geht die wilde Witze. Und das Ziel erreicht. Und das Ziel erreicht. Ich weiß gar nicht, wovon genau der Angst hat. Ich meinte, der ist schon tot. Bei der Abfahrt. Ja. Ah, ich hab mal einen Tafer. So. Jetzt haben wir einen Haken. Dann haben wir einen Haken. Wir können unsere Wagen jetzt für 500 Gold kaufen. Da wir 4530 haben. Jetzt haben wir einen Haken. Wo ich immer noch nicht weiß, wofür der gut ist. Dann soll man irgendwie den Wagen dranhängen können, kurzzeitig. Dann nehm du den. Dann nehm ich den. Nein. Da ist ein Wasserfall. Ja. Oder mehrere rum. Schön. Ach, jetzt kommen die Dinger. Genau, auf den blauen Dingern. Sie haben zu reden. Auf den blauen Dingern kann halt nur... Gesundheit. Entschuldigung. Auf den blauen Dingern kann nur der Wagen fahren. Und wir nicht. Wie man sieht, wir fallen da einfach so durch. Was machst du? Ich dachte, du wolltest wieder überschwingen. Eigentlich wollte ich das nicht, aber dann mach ich das halt. Aber eigentlich wollte ich das nicht. Oh mein Gott. Können wir die Dinger noch mal schon einsammeln? Oh nein. Ach gut. Ach jetzt bin ich hier der... Ach scheiße. Ich bin jetzt der... Die werden jetzt eh nur vorgestellt. Ja, aber trotzdem. Ich bin jetzt der... Ich weiß gar nicht, wie das geht. War doch vorher der Flerkler. So, du hältst fest. Ich halte fest. Ja, und nach oben weiter. Und rechts. Kannst du noch ein bisschen ziehen? Bitte. Ziehen. Ja. Ja, und dann diese kleinen Mistfiecher, die da rumhüpfen. Die wollen unsere schönen, eingesammelten Chatshaas. Als Verteidigung hat die Gori ein Schwert. Und nicht so schläutern. Ja. Das ist jetzt noch nicht wichtig, aber ich weiß nicht, spätestens im nächsten Level oder so, wollen die uns dann wirklich an die Kronen gehen. Ja. Geh' dich doch fast übersehen. Geh' dich fast übersehen, ja. Kennst doch mittlerweile das Spielprinzip. Niemals direkt dem Fall folgen. Richtig. Weil da immer noch eben ein Bonus ist. Ja. Okay. Halt. Stopp. Bist du nach links? Ich geh' nach links. Was machst du?! Nach links gehen. Das war's jetzt gar nicht verankert. Er zittert, er zittert. Was ist los? Der rollt doch von alleine hier runter. Eigentlich wirst du doch überfahren. Hilfe! Nimm mich mit! Hallo! Oh Gott! Okay, Fakt ist, wir haben jetzt eine Kiste auf dem Ding, auf dem Wagen. Der Wagen darf nicht umkippen, ansonsten geht die Kiste kaputt und wir müssen von vorne anfangen. Genau. Nicht umkippen lassen. Alles gut. Das war jetzt noch relativ easy, aber in höheren Leveln wird auch das schwieriger. Und blond werden wir in deiner Blaupause. Was machst du denn? Ich wollte gerade sagen, was passiert hat. Ich sah ein bisschen lustig. Wieso? Was war denn? Der lag so fast. Der lag so fast. Hui! Nimm mich mit! Ich kann den Wagen gerade nicht so richtig fließen. Okay. Bleib, wo du bist. Ich hole den Wagen von deiner Seite. Okay. Dann häng ich hier mal eine Weile ab. Okay, kannst loslassen. Okay, so kann ich da bleiben. Du ges histoire, weg. Du kletst doch mal symbols. Ich muss da stehen, berichtet ja nicht. Geht mir den schon aus, kommt mir so ein Freund von. Ja, den hatten wir schon. Wir haben ja das Level schon mal gemacht. Du musst es schon loslassen, ne? Frank hatte ich. Halt dich fest. Ich halte dich fest. Ja! So, du bist schon mal gut. Ich muss wahrscheinlich nach ganz außen. Ja. Ich gebe mir das mal ein bisschen rein. Das spielt jetzt. Okay. So, aber jetzt hören sie doch nach rechts. Ja. Oh, du warst doch fast. Jetzt. So. Festhalten. Ich halte fest.